Der ist immer so um kurz vor halb eins in Richtung dieses Metzgers gelaufen, hat sich dort sein Mittagessen mitgenommen und ist dann nach Hause zurückgelaufen, drehte sich zur Tür um, um die aufzuschließen und auf einmal springt hinter diesen Kartons ein Mann hervor, ein vermummter Mann und stürzt sich auf Herbert L. Herbert L. liegt am Boden, der Angreifer über ihm, sticht auf ihn ein, Herbert L. schreit um sein Leben und dann kam ein Nachbar, der diese Schreie gehört hat. Herzlich Willkommen zur neuesten Folge von Tatort Meinviereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Mein Name ist Mara Pilz, ich bin Online-Redakteurin im MeinEcho und eine Stimme dieses Podcasts. Und jetzt geht es los mit der Folge. Heute geht es um einen Fall, der anmutet wie aus einem Fernsehfilm. Es geht um einen versuchten Mord, der sich im Juni 2023 in Kleinheubach im Kreis Miltenberg zugetragen hat. Da ist ein Mann, der sein späteres Opfer, seinen Schwager, monatelang observiert hat. Ein Nachbar, der den Angreifer versuchte von der Tat abzuhalten und dem Täter nachlief. Und da ist auch eine lange Vorgeschichte, die erst so richtig im Zuge der Ermittlungen herauskam. Und für diesen Fall begrüße ich heute wieder Katrin Vildhaus hier bei uns im Studio. Katrin, du bist Blaulichtreporterin bei uns im MeinEcho und bist oft als Gerichtsreporterin für uns unterwegs. Herzlich Willkommen. Hallo Mara, danke für die Einladung. Schön, dass du wieder da bist. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Fall, über den wir heute reden. Und du hast ihn folgendermaßen beschrieben. Wenn das ein Fernsehkrimi wäre, dann würden die Zuschauer vermutlich sagen, da haben die Autoren aber ganz schön viel reingepackt. Bevor wir dann auf die Tat und diese ganzen Hintergründe eingehen, würde ich aber vorschlagen, dass wir damit anfangen, wie wir von der Tat erfahren haben. Also ich konkret kann mich erinnern, das war der 15. Juni vergangenen Jahres. Und da war ich im Dienst in der Online-Redaktion. Und da kam halt erstmal die Meldung rein bei uns oder vielmehr bei den Kollegen aus dem Blaulicht-Team, dass eben eine Messerattacke in Kleinheubach passiert ist. Und wenig später kam dann die Nachricht, dass es auch einen Großbrand in einer Lagerhalle in Kleinheubach gab. Und dann sickerte so nach und nach durch, dass das eben was miteinander zu tun hat. Und da war die Verunsicherung natürlich sehr groß und wir haben dann halt fortlaufend berichtet. Aber jetzt mal an dich die Frage, wie hast du denn davon erfahren? Ich habe tatsächlich aus der Ferne nur so ganz entfernt was wahrgenommen. Ich war nämlich bei Aktenzeichen XY genau in dieser Zeit und ich hatte da so eine Art Praktikum gemacht. Und der Donnerstag war tatsächlich der Tag, wo es so ein bisschen um die Aufarbeitung der Sendung ging. Und ich weiß, ich saß im Bus von dem Ort, wo wir darüber gesprochen haben, zurück zu meiner Unterkunft und habe dann irgendwie nur mitgelesen. Also ich habe so eine Push-Nachricht bekommen und dann habe ich bei uns im Kanal mitgelesen, was da passiert und habe nur gedacht, ja toll, jetzt bin ich hier. Und da rotieren die Kollegen gerade und rätseln, was ist. Aber das haben sie super ohne Wichen gekriegt, habe ich dann festgestellt. Nichtsdestotrotz war es dann auch spannend zu wissen, jetzt geht der Prozess los und den habe ich dann wahrgenommen. Ja, wie gesagt, es hat sich dann relativ schnell ja herausgestellt, dass die Attacke und der Brand eben in direkter Verbindung stehen und dann eben auch, was genau dahinter steckt. Lass uns doch mal mit den Protagonisten anfangen. Du hattest dich in einem Text, den du über den Prozess und den Fall geschrieben hast, auch dafür entschieden, mit Alias Namen zu arbeiten. Genau, einfach um das Leseverständnis so ein bisschen besser hinzukriegen. Normalerweise verwende ich ja keine Alias Namen, sondern arbeite eigentlich mit Angeklagter beziehungsweise dem Alter und dann der Betroffene oder die Betroffene. Und in dem Fall war das aber so komplex und so viel, dass ich gesagt habe, okay, wenn man da durchsteigen soll, ich habe da so eine Doppelseite drüber gemacht, also es war auch sehr umfangreich, dann muss man mit Namen arbeiten. Und dann habe ich den Namen gegeben, ich habe den Angeklagten Kurt W. genannt und den Angegriffenen, den Schwager des Angeklagten, habe ich Herbert L. genannt. Ja, und so wollen wir es jetzt auch im Podcast halten, der Einfachheit halber und dem besseren Verständnis willen. Okay, dann lass uns doch mit den beiden Männern starten und wie die beiden zusammenhängen. Genau, also Herbert L. hat eine Schwester und die ist mit Kurt W. verheiratet. Also ist Kurt W. der Schwager von Herbert L. Die haben sich, so wie Herbert L. das geschildert hat, ganz gut verstanden, lange Zeit. Und dann sind 2017 hintereinander erst der Vater und dann die Mutter gestorben und da ging dann der Streit ums Erbe los. Eigentlich eine Sache zwischen Herbert L. und seiner Schwester, aber Kurt W. muss sich da relativ schnell auch viel eingemischt haben. Der hatte Sorge, dass seine Schwester zu kurz kommt, hatte, wie sich herausgestellt hat im Prozess, sowieso finanzielle Probleme, große finanzielle Probleme und hatte halt auf dieses Erbe gehofft. Das ging dann so weit, dass es vom Notar oder von Anwälten ausgefochten wurde. Und nachdem dann diese Einigung da war, wer welchen Anteil bekommt, Herbert L. hat das Haus behalten, das Haus in Kleinheubach. Die Schwester und ihr Mann hatten sowieso im Main-Tauber-Kreis ein Haus. Also es ging gar nicht ums Haus, sondern um den Wert des Hauses und das Geld, was eventuell einen Verkauf gebracht hätte oder was Herbert L. dafür hätte zahlen sollen, dass er in dem Haus bleibt, als Abfindung in Anführungszeichen. Naja und wie gesagt, das Ganze ging bis zum Anwalt. Der Notar hat einen Einigungsvertrag gemacht. Das Geld wurde überwiesen und dann brach der Kontakt ab zwischen Herbert L. und seiner Schwester und natürlich auch Kurt W. Er hatte also eigentlich seit sechs Jahren nichts mehr mit denen zu tun gehabt. Es gab also auch keine Weihnachtsgrüße oder sonst was. Man lebte so vor sich hin. Bis 2021 haben die Schwester und Kurt W. zumindest auch am Grab der Mutter oder der Eltern sich betätigt, aber danach wohl nicht mehr. Das heißt, die Geschwister waren geschiedene Leute im Endeffekt. Sie wären geschiedene Leute gewesen, hat sich im Prozess herausgestellt, weil Kurt W. Herbert L. trotz allem noch auf dem Kieker hatte, sage ich mal. Wie sich das dann weiterentwickelt hat, glaube ich, arbeiten wir jetzt einfach so Schritt für Schritt auf. Vielleicht aber müssen wir auch nochmal über Kurt W. reden, was es so für ein Typ ist. Du hast eben angedeutet, er hatte finanzielle Probleme. Was kam denn so im Prozess über ihn heraus? Das Problem im Prozess war, dass er erst mal gar nicht aussagen wollte. Also er wollte sich nicht zur Tat äußern, zu den Hintergründen. Er hat sich von einer sachverständigen Gutachterin untersuchen lassen, nennt man Exploration, diese Untersuchung. Aber auch da hat er zwar viel über sich erzählt und über seine Vergangenheit und da auch sehr umfassend, aber halt nichts zur Tat gesagt oder was zu der Tat geführt hat. Die Gutachterin hat dann gesagt, das sind keine Persönlichkeitsstörungen, der hat keine Erkrankungen. Sie hat gesagt, der hat sowas Zwanghaftes und das ließ sich im Prozess auch ganz gut beobachten. Der saß tatsächlich so vom ersten Prozestag an da und hat immer mitgeschrieben. Also alles, was gesprochen wurde, hat er mitstenografiert, muss man direkt sagen. Und ich habe dann immer nur gedacht, was schreibt denn der da alles und will der am Ende ein Buch schreiben? Also ich habe so ein bisschen auch mir so meine Gedanken gemacht. Der war sehr von sich überzeugt, muss man sagen. Also als er dann später mal was gesagt hat über sich und seinen Werdegang, da wurde deutlich, das ist ein echt cleverer Mensch. Das hat die Gutachterin auch gesagt, der eine Ausbildung gemacht hat, dann ein Abendstudium, sehr ehrgeizig, in einem Unternehmen in einer Führungsposition gearbeitet hat dann dieses Unternehmen verlassen hat, gemeinsam mit einem anderen Geschäftsmann eine Firma aufgebaut hat, auch sehr erfolgreich wohl zuerst und dann liest er es aber nach. Also er war sehr akribisch, ein sehr akribischer Buchhalter, hat der Geschäftspartner ihn beschrieben. Aber trotz allem hatte er finanzielle Nöte, die er dann auch so gestopft hat. Also der Sachbearbeiter der Kripo hat erzählt, dass eine Mitarbeiterin so ein bisschen die Buchhaltung von ihm nachvollzogen hat und gesehen hat, dann wurde da Geld abgehoben, das dann auf das andere Konto kam, um es dann wieder dahin zurückzuzahlen. Also er hat Geld so durch die Gegend verschoben, um finanzielle Lücken zu stopfen einfach. Genau, also diese finanzielle Situation ist so der Ausgangspunkt, hat sich im Prozess gezeigt, an dem alles hing. Wenn du sagst, er hatte ja eine Führungsposition in dem Unternehmen, hat ja vermutlich dann auch dementsprechend gut verdient, hat er denn nach dem, was man weiß, einen sehr ausschweifenden Lebensstil gepflegt? Oder wie lässt sich das erklären mit den finanziellen Lücken und Löchern, die sich dann aufgetan haben? Die erste Zeit ließ sich nicht richtig nachvollziehen, weil offenbar hat er 2017 schon Geldprobleme gehabt. Später kam dann tatsächlich Corona, das ganz viel ausgemacht hat. Der hatte einen Corona-Hilfen bekommen, weil er selbstständig war in seiner Firma, hatte auch ein Recht auf diese Hilfen. Und da gab es dann wohl schon Probleme. Der hat in einem Bereich gearbeitet, wo es viel auf persönliche Kontakte ankommt. Und dazu kamen noch gesundheitliche Probleme, die er hatte. Er hat eine Lungenkrankheit gehabt und auch das hat wohl zu Einschränkungen geführt. Also es konnte nicht gesagt werden, der lebt total über seine Verhältnisse. Das ist nicht deutlich geworden. Es hätte er wohl auch von sich aus nie so gesagt. Und seine Frau musste nichts sagen und hat auch nichts gesagt. Die hat ein Zeugnisverweigerungsrecht als Ehefrau. Das heißt, die konnte man auch nicht befragen zu den Zuständen. Und damit war das dann einfach als gegeben hingenommen worden, dass es finanzielle Probleme gab. Und die tauchten ja auch auf, wenn man seine Konten angeschaut hat. Okay, jetzt haben wir ein bisschen über ihn gesprochen, was er so für ein Typ war und wie die Vorgeschichte zwischen Kurt W. und Herbert L. war. Lass uns jetzt mal übergehen zu dem, was dann tatsächlich am 15. Juni passiert ist. Was hat sich denn genau zugetragen an dem Tag? Ich kann es vielleicht mal aus der Sicht von Herbert L. schildern. Der ist an diesem Tag gegen 12.20 Uhr in Richtung des örtlichen Metzgers gelaufen, weil er sich dort immer Mittagessen geholt hat. Also der hat einen ganz festen Rhythmus gehabt. Der ist immer so um kurz vor halb eins in Richtung dieses Metzgers gelaufen, hat sich dort sein Mittagessen mitgenommen und ist dann nach Hause zurückgelaufen. Er kam mit seinem Essen in der Hand zurück, erzählte im Gericht, als er aussagte noch, er hätte dann noch mal in den Garten geschaut, sich angeschaut, wie das alles so schön blüht, drehte sich zur Tür um, um die aufzuschließen. Und neben der Tür ist eine Pergola und da standen hohe Kartons, weil Herbert L. nämlich einen Heizungsumbau plante und da standen schon die nötigen Utensilien. Und auf einmal springt hinter diesen Kartons ein Mann hervor, ein vermummter Mann, und stürzt sich auf Herbert L. Herbert L. hat gesehen, dieser Mann hat ein Messer und konnte gar nicht so schnell reagieren, wie der den zu Boden gerungen hat und mit diesem Messer immer wieder in seine Richtung gestochen hat. in Richtung seines Halses. Er hat geschrien, er hat um Hilfe geschrien und dann kam ein Nachbar, der diese Schreie gehört hat. Ich fasse jetzt nur mal erstmal kurz zusammen. Dieser Nachbar griff ein, hat es geschafft, dass der Angreifer abgelassen hat und dass der davon lief, relativ ruhig davon lief. Und Herbert L. und dieser Nachbar sind ihm hinterher und haben ihn verfolgt. Der Herbert L. hat heftig geblutet. Der Nachbar hat dann irgendwann gesagt, so, lass du dich mal verarzten und ist ihm weiter gefolgt. Er ist ihm über einen Kilometer durch Kleinheubach hinterhergelaufen, barfuß. Er hat ihn verfolgt bis zum Gelände einer Gärtnerei, sage ich jetzt mal. Da gab es eine leerstehende Halle, in die ist der Angreifer offenbar hineingelaufen. Also der Verfolger, Ratz mit Spitznamen Rudolf Zeller, hat nicht genau gesehen, dass er da rein ist, aber er hat gesehen, wie der auf das Gelände ist und dann verschwunden war und hatte die Polizei informiert. Und naja, auf jeden Fall aus dieser Halle drang dann plötzlich Rauch. Da war die Polizei schon vor Ort, die Feuerwehr kam vor Ort, es wurde eine mehr größere Rauchsäule. Pech schwarz hieß es dann in der Gerichtsverhandlung. Und dann kam der Angreifer heraus, beziehungsweise dann kam Kurt W. heraus. In einer völlig anderen Montur, als der Angreifer war, also er hatte sich umgezogen, hat sich im Prozessverlauf herausgestellt. Er hatte da wohl eine Arbeitshose entweder dabei oder gefunden. Auf jeden Fall kam er raus, wurde von den Beamten, die dort waren, aufgefordert, sich auf den Boden zu legen und hat ihn nur angeschaut und hat gesagt, wieso, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch nur ein Nickerchen da drin gemacht. Der Kurt W. hatte schwere Verbrennungen im Nacken und im Halsbereich und an den Armen. Wurde dann aber dazu gebracht, sich auf den Boden zu legen, wurde festgenommen und dann aber erst mal vom Rettungswagen versorgt und in eine Klinik geflogen tatsächlich, weil er so schwere Verbrennungen hatte. Das war der Fall, den ihr geschildert bekommen habt, das, was ihr mitbekommen habt. Was ihr auch schnell mitbekommen habt, ich sage jetzt ihr, weil ich ja nicht da war, war, dass eben dieser Nachbar angegriffen hat. Das hat sich auch relativ schnell herausgestellt. Der hat uns damals dann auch erzählt oder dem Kollegen Kevin Zahn erzählt, wie er diesen Angriff erlebt und vereitelt hat. Das hat sich eben so fast beiläufig angehört. Er hat den Angreifer abgehalten von der Tat. Wie hat er das denn genau gemacht? Das Schöne ist, in Anführungszeichen, dass wir das uns genau angucken konnten, wie er es gemacht hat, weil Herbert L. nämlich eine Videokamera hatte. Und dieser ganze Angriff und das Eingreifen des Nachbarn ist aufgezeichnet. Deswegen konnte ich auch so blumig erzählen, wie er sich umschaut und die Haustür aufschließt, weil wir das im Gerichtssaal tatsächlich alle gesehen haben. Herbert L. liegt am Boden. Der Angreifer über ihm sticht auf ihn ein. Herbert L. schreit um sein Leben. Und dann sieht man auf einmal, wie Rudolf Zeller im Bild erscheint. Hey, was ist denn da los? Also das ist so ein ganz kerniger Typ auch. Ich habe mich mit dem im Nachhinein dann unterhalten und habe ihn im Gerichtssaal ja auch erlebt. Der ist 65 Jahre alt und total agil und ist ein richtiger Typ. Also ich war ganz begeistert von seinem Auftreten. Auf jeden Fall hat er einen Blumenkübel genommen, der da rumstand, und hat den erst mal auf den Angreifer geschmissen. Als der nicht reagiert hat, flogen zwei weitere Blumenkübel. Und in der Zeit hat es dann Herbert L. geschafft, sich außer Reichweite zu bringen. Also Rudolf Zeller hat sich durchaus auch in Gefahr begeben. Jetzt muss ich kurz zwischenfragen. Nachbar ist klar, er hat nebenan gewohnt. Aber wie genau muss man sich das vorstellen? Hat er den Kübel über den Gartenzaun geworfen? Oder wie nah war denn das alles zum Geschehen? Nee, also die Gärten sind nicht so, dass sie sich gegenseitig in den Garten gucken können. Das heißt, er hat die Schreie gehört, hat erst geguckt, ob er durch den Garten was sieht, und ist dann ums Haus rumgelaufen zu dieser Einfahrt von Herbert L. und kam dann in die Einfahrt rein, sieht das Gerangel vor der Haustür. Also die Haustür ist nicht direkt an der Straße, sondern so zurückversetzt. Wie gesagt, ein Einfahrtsbereich. Und erst dann kommt man da hin, also auch sichtgeschützt von außen. Und da hat er dieses Gerangel gesehen. Und dieser Blumenkübel stand tatsächlich bei Herbert L. da in diesem Perbola-Eingangsbereich. Und den hat er gegriffen, also wirklich auch schnell reagiert, dass man so das Erste nimmt, was da steht, und einfach draufschmeißt. Und wie gesagt, und dann hat er erst mal gewartet. Der Angreifer hat sich auch so in seine Richtung gedreht mit dem Messer, aber hat dann doch weitergemacht. Und wie gesagt, dann flogen zwei weitere Mülltonnen oder was auch immer er da in dem Garten dann gefunden hat, flogen dann auch wieder auf den Angreifer. So lange, bis Herbert L. sich dann, wie gesagt, in Sicherheit bringen konnte. Der Herbert L. ist dann so zum Rudolf Zeller geflohen und hat sich so hinter ihm so ein bisschen in Sicherheit gebracht. Herbert L. hat auch geschildert, dass er erst gar nicht mitgekriegt hat, dass Hilfe da ist. Er hat gesagt, er hat auf einmal so einen Rumps gehört. Das wird die erste Tonne gewesen sein oder der Plastikkübel gewesen sein. Und habe sich dann in Sicherheit gebracht und dann erst gesehen, dass der Nachbar ihn da zur Hilfe geahillt ist. Also ein sehr dynamisches Geschehen, das dann auch dynamisch weiterging. Rudolf Zeller war ja im Garten gewesen, hatte also nichts dabei. Der hat ein schwarzes T-Shirt angehabt und dann so eine kurze, schwarze, wie so eine Badehose, sag ich mal, und Badelatschen und kein Handy dabei, wie das so ist, wenn man im Garten ist. Und dann, habe ich ja schon gesagt, dann ging die Verfolgung los durch Klein-Heubach. Und Rudolf Zeller ist tatsächlich dann ein paar Fuße hinterher. Die Badelatschen musste er irgendwo unterwegs abgelegt haben oder schon als das losging. Weil damit läuft man natürlich weniger gut. Und er verfolgte dann den Angreifer, wie wir später dann identifiziert haben, Kurt W. durch Klein-Heubach. Der lief die Straße entlang in Richtung seines Autos, das er da abgestellt hatte, aber wollte offenbar dann nicht in das Auto einsteigen, weil ihn das ja ganz klar identifiziert hätte. Er ging an dem Auto vorbei, sah sich um, lief vorbei an einem Kinderspielplatz, auf dem zwei Schulschlassen waren. Und der Rudolf Zeller hat dann auch nur so rübergerufen, passt auf, bringt ein bisschen die Kinder in Sicherheit. Also auch das beschreibt dann so die Aufregung, die da an dem Tag, in dem Ort herrschte. Und warnte auch irgendwie Nachbarn oder rief Leuten, die er unterwegs sah, zu, sie sollen bitte die Polizei anrufen, weil er konnte ja nicht, er hatte ja kein Handy dabei. Dann drehte Kurt W. ab, lief ihm sozusagen entgegen. Er hatte ein Brecheisen in der Hand, also war nicht unbewaffnet, sondern schon durchaus auch eine Gefahr nach diesem Angriff. Kurt W. drehte ab und lief Richtung Friedhof Klein-Heubach. Und auf dem Friedhof hat er dann schon mal versucht, sich zu verstecken, das ist ihm aber nicht gelungen. Dann lief er über den Friedhof in Richtung dieser Gärtnerei. Und wie gesagt, da hat Rudolf Zeller ihn dann aus den Augen verloren. Aber dann ging es ja weiter wie beschrieben. Bevor wir jetzt weiterreden über die Ermittlungen und wie es dann vor Gericht auch weiterging, würde ich gerne noch einmal darauf eingehen, wie schwer verletzt der Angegriffene war. Weil du hattest eben beschrieben, er ist ja zunächst noch sogar mit und hat die Verfolgung mit aufgenommen. Und dann hat der Nachbar aber gesagt, geh du lieber mal zurück und lass dich versorgen. Wie stand es denn um ihn? Also er hat sehr viel Blut verloren. Er hatte mehrere Stiche im Halsbereich. Und der Blutverlust war aber durch eine Verletzung am Arm. Also die Stiche im Halsbereich hatten dann wohl relativ schnell aufgehört zu bluten. Aber am Arm hat er eine stark blutende Wunde gehabt. Da hatte er versucht, das Messer abzuwehren. Und wenn man so in so ein Messer reingreift, was mit voller Wucht auf einen zukommt, dann gibt es entsprechende Schnittverletzungen. Und das war die, die sehr stark geblutet hat. Es war so, dass natürlich Stiche in den Hals, das ist hochsensibel, die sind potenziell lebensbedrohlich. War zum Glück nicht so. Er hat Folgen davongetragen. Er hat eine Stimmbandverletzung davongetragen. Das heißt, er muss sich oft räuspern und die Stimme bricht ihm so ein bisschen weg. Das hat man im Gericht auch hören können. Aber es ist natürlich auch viel Adrenalin im Spiel, wenn so eine Sache passiert. Und deswegen hat er auch sein eigenes Bluten gar nicht so wahrgenommen erst mal. Die Ermittler haben dann dort diese Halle untersucht. Und da ging es ja im Prinzip dann schon direkt weiter mit dem Krimi geschehen. Genau. Also diese Halle, das war mal der erste Punkt, die ist komplett abgebrannt und durfte auch nicht betreten werden. Also man muss sich vorstellen, das war ein Stahlgerüst, das das Dach hielt und das ist durch die große Hitze von dem Feuer weggebrochen. Und die ganze Halle war einsturzgefährdet. Und da fanden auch Ermittler da nicht rein. Also die Feuerwehr hat schon von außen löschen müssen, falls einfach zu gefährlich war, da reinzugehen. Und auch die Polizei darf da nicht so eine Halle betreten, wenn dieses Risiko besteht. Das heißt, die haben sich erst mal von oben über die Drehleiter so einen Überblick verschafft, wie das von oben aussieht. Haben da schon rausgekriegt, okay, wo müsste der Brandherz sein? Das sieht man, weil das Feuer da am heißesten ist. Da, wo die stärksten Beschädigungen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Feuer ausgebrochen ist. Und dann wurde das Hallendach erst mal abgetragen, um diese Gefahr zu minimieren. Und dann sind die zu diesem Brandherd, den sie als Brandherd ausgemacht haben, rein. Da lag ein riesiger Klumpen. Ich habe dir schon gesagt, das war eine Gärtnerei. Und du kennst aus dem Bauhaus diese Tragedinger, wo man Blumentöpfe reinstellt. Also wenn du irgendwie zehn Blumentöpfe hast, dann kannst du die in so ein Tablett stellen, sage ich mal, so ein ausgehobenes. Und in der Halle an dem vermuteten Brandleherd war eine Palette. Und auf der war ein riesen Plastikklumpen zusammengeschmolzen. Das waren genau diese Tragetabletts, sage ich mal. Und diesen Plastikklumpen haben sie mit einem Bagger rausgeschafft oder mit einem Bagger genommen, die Palette hochgehoben und darunter lag das Brecheisen. Ich habe gesagt, ein Brecheisen hat der Angreifer bei sich gehabt, hat es durch die Gegend getragen. Und das war so der erste Punkt. Und der Sachbearbeiter der Kripo hat gesagt, da war die Neugier der ganzen Mannschaft geweckt, als sie da drauf gekommen sind. Weil es ja sehr wahrscheinlich war, dass da noch mehr Sachen liegen, die der Angreifer hatte. Und jetzt ist es ja so, wir haben einen vermummten Angreifer, dessen Gesicht wir nicht gesehen haben. Und wir haben einen Mann, der aus der Halle kommt und völlig unschuldig tut, der auch anders aussieht als der Angreifer. Das heißt, wir müssen jetzt, oder die Ermittler müssen jetzt Möglichkeiten finden, nachzuweisen. Es handelt sich um eine und dieselbe Person, die eben nur die Klamotten gewechselt hat. Dieser riesige Plastikklumpen wurde dann akribisch Schritt für Schritt auseinandergenommen. Man muss sich vorstellen, es war sehr heiß damals. Ich weiß nicht, ob du dich an den Sommer erinnerst. Der war anders als der dieses Jahr. 35 Grad Außentemperatur. Und die Spurensicherer und die Ermittler mussten Schutzanzüge tragen. Und Atemschutz, die waren ja in dieser Halle, wo es vorher gebrannt hatte. Das ist natürlich auch ein Risiko. Und haben in diesen Anzügen bei 35 Grad Außentemperatur angefangen, so einen Plastikklumpen mit dem Presslufthammer auseinanderzunehmen. Und es hat sich aber gelohnt, die Mühe. Die haben weitere Sachen gefunden, die bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Unter anderem haben sie die Reste des Geldbeutels von Herbert L. gefunden. Der Geldbeutel war bei diesem Angriff gestohlen worden. Und jetzt liegt der zusammen mit einem Brecheisen, was da verwendet wurde, in der Halle. Das heißt, so langsam aber sicher fügte sich das zusammen, dass eben der Mann, der aus der Halle kam, der Angreifer gewesen sein muss. Auch wenn er sagt, er hat da nur geschlafen, fügte sich das jetzt zusammen. Genau, das war so der erste große Erfolg der Ermittler, dass sie halt die ersten Beweise gefunden haben tatsächlich. Und dann sind sie weitergegangen. Es wurde auch der Autoschlüssel von Kurt W. gefunden. Und dann hat man halt mal geschaut, zu welchem Auto gehört der denn wohl. Und dann wurde dieses Auto auseinandergenommen. Ja, und was die Ermittler da in dem Auto gefunden haben, das liest sich ja auch irgendwie wie aus einem Krimi. Also das klingt fast wie ausgedacht. Ich habe ja geschrieben, es klingt wie in einem Krimi. Und manches klingt wie weit hergeholt. Also wenn ich das im Tatort sehen würde und so viele Aspekte, dann würde ich sagen, die spinnen doch. Jetzt ist es total mit ihnen durchgegangen, dass sie da so viel reinpacken wollten. Und zwei Aspekte hätten es auch getan. Der Kripo-Beamte hat das Auto als eine wahre Wundertüte bezeichnet. Und das nicht ganz ohne Grund. Zum einen hat man gesehen, dass in dem Auto wirklich gelebt wurde. Also da waren Wechselkleider, also Anzüge, auch richtig schicke Anzüge. Da waren, war eine Kühltruhe, Brotboxen, Pizzakartons, Zewa, Waschzeug. Also es war irre. Wir haben Fotos gesehen von diesem Auto, das vollgepackt war. Und man konnte sich vorstellen, da hat einer drin gewohnt. Und es war in der Aktentasche darin. Und in dieser Aktentasche wurden Schreiben gefunden. Ich sage Erpresserschreiben, die, und das muss ich ausdrücklich betonen, nie irgendwie abgeschickt wurden. Das hat sich herausgestellt. Aber in diesem Erpresserschreiben hat eine russische Motorradgang, die es tatsächlich gibt, die Nachtwölfe, von Adressaten aus dem Bereich Bad Homburg, von Wirtschaftsgrößen aus dem Bereich Bad Homburg, Geld gefordert. Wir haben ja jetzt schon über das Erpresserschreiben gesprochen, das bei dem Angeklagten gefunden wurde. Und aus dem Gerichtsverfahren hat Katrin ein kleines Gedächtnisprotokoll erstellt. Und wir haben dann unseren Sprecher Julian Goletzka gebeten, das mal für uns einzulesen. Und da hören wir jetzt mal rein. Die Nachtwölfe sind die härteste und mächtigste Biker-Gang der Welt. Schwer bewaffnet, nationalistisch und regierungstreu arbeiten wir seit Jahrzehnten für unseren Freund Wladimir Wladimirovich Putin. National wie international, ob Krim-Annexion, Donbass oder Syrien-Krieg, er konnte sich immer auf uns verlassen. Nun unterstützen wir ihn aktiv in der Ukraine und gegen die westlichen Aggressoren. Wir finanzieren uns selbst und sanktionieren daher weltweit Familien der US-Unterstützer und sogenannten Freunde der Ukraine. Unser German Chapter hat eine Liste von Familien bekommen, die aufgrund ihrer amerikanischen Verbundenheit jetzt zahlen müssen. Familie Gordon und Benita Risk mit Aaron Duckett und Claire und Amelia. Dazu gehören auch Earn Risk, Marvin und Sonja Risk mit Taylor, Kristen und Skyler. Adrian und Hannah Klinner mit Silas und Isabel. Monica und Rainer Klinner mit Stephanie. Tim Aschmann mit Pauline, Bent und Tiag. In Abstimmung mit unserem US-Chapter haben wir die Durchführung übernommen und als führende Familienmitglieder Benita und Gordon ausgewählt. Sollte es nicht funktionieren, wird die ganze Familie von uns bestraft und gegebenenfalls nach und nach alle Personen liquidiert. Zu zahlen sind 5 Millionen Euro, davon 1,5 Millionen Euro sofort, zahlbar in 50, 100 und 200 Euro Geldscheinen. Spätestens in zwei Tagen haben wir eine SMS, dass die 1,5 Millionen Euro bereit liegen und ihr beiden jederzeit mit einem PKW startklar seid. Solltet ihr euch nicht an unsere Bedingungen halten, mit irgendjemandem darüber sprechen, das Geld präparieren, die Übergabe an unseren Kurier, der nicht weiß, was er abholt, durch andere Personen und Behörden überwachen, uns verfolgen oder sonst wie stören, auch nach der Geldübergabe, machen wir kurzen Prozess und holen uns nach und nach alle aus der Familie und am Ende auch euer ganzes Eigentum. Über die Zahlung der restlichen 3,5 Millionen Euro werden wir uns wieder melden, nachdem wir die 1,5 Millionen Euro geprüft haben. Jetzt stellt sich die Frage, was hat ein Buchhalter, ein akribisch arbeitender Mann mit einer russischen Motorradgang zu tun? Die Frage haben sich die Ermittler natürlich auch gestellt. In seinem Haus, das sie dann durchsucht haben, haben sie akribische Aufzeichnungen gefunden von eben wohlhabenden Menschen. Offenbar hat er Häuser ausspioniert von Menschen, die viel Geld hatten. Er hat sich dann so Notizen gemacht, 9-11er Porsche, blonde Frau steigt aus. Und sie haben in dem Haus Todesanzeigen gefunden, wo die Adressen von Familienangehörigen ja verzeichnet sind, also so Konsolenzadressen. Das heißt, über Todesanzeigen lässt sich möglicherweise ein Rückzug schließen, wo genau die Menschen wohnen. Und das hat er benutzt. Er hatte Interviews von Wirtschaftsgrößen, auch aus dem Ein-Echo ein Interview mit einem Menschen, der später auch, wie sich herausstellte, genau so ein Schreiben hätte kriegen sollen. Also an denen war auch so ein Schreiben gerichtet. Hat er nie bekommen. Das sage ich schlecht dazu. Genau, also irgendwie hatte er noch so ein zweites Hobby, sage ich mal. Also er hat Leute mit viel Geld beobachtet und hat wohl überlegt, dass man die erpressen könnte. Das heißt, über dieses geschehen, über dieses akute Geschehen, über diesen Angriff, kommen die Ermittler dann auf die Spur, was dieser Mann, also was Kurt W., über lange Zeit vorher gemacht hat, was er getrieben hat. Dass er quasi auch in seinem Auto ja wie ein Privatdetektiv offenbar Leute beschattet hat und beobachtet hat. Und wie sich dann auch herausgestellt hat, hatte er ja auch seinen Schwager beschattet. Genau, ich habe dir ja beschrieben, wie Herbert L. an dem Tattag das Haus verlassen hat und wie er dann wiederkam und überfallen wurde. Was ich dir erst nicht beschrieben habe, weil ich es ja aus seiner Sicht geschildert habe, ist etwas, was auch auf dem Video zu sehen ist. Kurz nachdem er das Haus verlassen hat, kommt dieser vermummte Mensch und geht zielstrebig hinter dieses Kartonversteck, aus dem er später hervorspringt, um den Herbert L. anzugreifen. An diesem Video ließ sich schon sehen, dass der ganz genau wusste, wo er hin muss, dass er das ausgemacht hatte. Und im Laufe der Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, dass er das so genau wusste, weil er über vier Monate oder über mehrere Monate, drei bis vier, jeden Tag, Montag bis Freitag, vormittags so zwei bis drei Stunden, Herbert L. beschattet hatte. Er hatte in einem Auto gesessen, in eben jenem gut ausgestatteten Auto, auch immer mit Sonnenbrille und Kapuze über den Kopf gezogen, also vermummt, und hatte die Straße und um das Wohnhaus seines Schwagers im Auge behalten. Das haben mehrere Nachbarn gesehen, die sich auch gewundert haben, was tut da dieser Mensch, also so ein Auto fällt ja auf, wenn das immer wieder zwar an wechselnden Standorten steht, aber doch immer wieder im selben Bereich, merkt man das ja. Und es war halt, ich habe dir schon gesagt, der kam aus dem Main-Tauber-Kreis, also der hat ein TBB-Kennzeichen gehabt, auch das fällt ja auf. Naja, und dann haben sich die Nachbarn schon zwischendurch Gedanken gemacht. Und natürlich hat keiner gewusst, dass es auf Herbert L. gerichtet ist, sondern die haben sich überlegt, der eine hat sich überlegt, hat der es auf die Kinder abgesehen? Da ist ein Kindergarten in der Nähe. Ein anderer hat sich überlegt, in der Straße ist eine Firma, also es gab genau eine Firma in der Straße, will der da einbrechen? Ein Dritter hat erzählt, er hat überlegt, naja, vielleicht hat irgendeine Ehefrau eine Affäre und das ist ein Privatdetektiv. Ein Vierter hat gesagt, vielleicht war das ein Ermittler der Polizei, den wollte ich nicht bei seiner Arbeit stören. Also es gab viele Rätselraten um dieses Auto, es gab auch eine Info an die Polizei. Was jetzt konkreter daraus geworden ist, kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ging diese Beschattung bis zum Tattag, wie sie herausgestellt hat, hatte Kurt W. auf einem Brachgrundstück gegenüber vom Anwesen von Herbert L. so einen Beobachtungsposten bezogen. Und da konnte er relativ schnell rüberlaufen zu dem Grundstück. Das heißt, er hat gesehen, dass sein Schwager das Haus verließ. Dann hat er sechs Minuten gebraucht von seinem Beobachtungsposten bis zum Haus von Herbert L. Ist hinter diese Kartons gegangen, die er ja kannte. Er hatte ja über Monate gesehen, dass das angeliefert worden war. Und hat dann nochmal genau zwei Minuten gewartet. Also es waren acht Minuten, die Herbert L. gebraucht hat für seinen Weg zum Metzger bis zurück. Und genau diese acht Minuten haben ausgereicht für Kurt W., um seinen Posten zu beziehen. Ja, das klingt wirklich unglaublich. Also das, was sich am Anfang jetzt wie ein spontaner Überfall, wie eine Attacke angehört hat, war offenbar über Monate hinweg geplant. Er hat offenbar über Monate hinweg schon gewusst, ich möchte meinen Schwager umbringen, um an das Erbe zu kommen. Oder hat sich da ein anderes Bild ergeben vor Gericht? Es war tatsächlich ein Mordversuch angeklagt. Aber es lief daraus hinauf, dass er wahrscheinlich nicht umbringen wollte, sondern ihn in seine Gewalt bringen und auch ihn erpressen wollte. Am Haus von Herbert L. wurde unter anderem so Panzertape gefunden, Klebeband, was man zum Fesseln benutzen kann. Und an diesem Klebeband war die DNA von Kurt W. Also es war klar, dass er das damit hingebracht hatte. Und dieses Klebeband ist eines der Anzeichen dafür, für die Ermittler oder auch für den Staatsanwalt, dass er wahrscheinlich gar nicht vorhatte, ihn umzubringen. Sondern dass es war, ich will ihm Angst machen, ich will ihn in meine Gewalt bringen und ich will Geld erpressen. Die Frage ist natürlich auch, hätte er wissen können, dass seine Schwester erben würde, wenn ihr Bruder ums Leben kommt. Also die hatten ja lange keinen Kontakt mehr. Was Herbert L. mit seinem Erbe gemacht hätte, ob der einen letzten Willen hatte, wem sein Geld zukommen soll, konnte der ja nicht wissen. Also auf eine Erbschaft aus sein, wäre halt schwierig gewesen. Aber auf jeden Fall hatte er wohl versucht, irgendwie an Geld zu kommen, in dem er ihn in seine Gewalt bringt. Das Ganze war also im Prinzip eine versuchte Entführung auch. Allerdings bin ich jetzt ein bisschen stutzig geworden. Du hast ja selber gesagt, angeklagt war versuchter Mord. Und das hat sich ja dann auch im Urteil wieder gespiegelt. Kannst du uns das für juristische Laien mal erklären? Voraussetzung ist, dass man den Tod eines anderen billigend in Kauf nimmt. So heißt es. Das heißt, als er mit dem Messer zugestochen hat, als er in Richtung Hals zugestochen hat, musste er davon ausgehen, dass sein Schwager dabei ums Leben kommen kann. Das ist mal der erste Schritt. Und dann gibt es für Mord sogenannte Mordmerkmale. Das heißt, wenn ich diesen Tod billigend in Kauf nehme und dann noch gewisse Kriterien erfülle. Und dazu gehört zum Beispiel Heimtücke, was wir da ganz eindeutig hatten. Er hat eben aufgelauert. Der Herbert L. war völlig nichts an, war völlig wehrlos, schutzlos. Das heißt, er hat heimtürkisch gehandelt und er hat aus Geldkir oder Habkir gehandelt. Und das sind beides Mordmerkmale. Und deswegen wird das als versuchter Mord gewertet. Auch wenn die Intention vielleicht eine Entführung war, er hätte das Leben seines Schwagers geopfert. Und das ist der wichtige Punkt. Er hat eigentlich was anderes im Schilde geführt. Ich muss dazu auch sagen, er hat vermutlich etwas anderes im Schilde geführt. Das Problem ist ja, ich habe es schon gesagt, er hat sich nicht weiter dazu geäußert. Er hat am Anfang ja alles abgestritten. Sein Verteidiger, Jürgen von Gries, wird ihm dann relativ rasch klargemacht haben, dass es mit Videoaufnahmen und der Beweislage, wie sie denn dann im Endeffekt war, nicht viel Abstreiten geben kann. Und dann hat er zumindest zugegeben, dass er seinen Schwager angegriffen hat. Und er hat gesagt, das tut ihm auch unendlich leid und zum ersten Mal wohlgemerkt. Also wir reden von einem Vorfall, der im Juni war. Und der Prozess war dann im Mai. Und in diesem Zeitraum, also fast ein Jahr, hatte er sich nicht bei seinem Schwager gemeldet und nicht entschuldigt. Im Prozess hat er es dann am dritten Prozestag, glaube ich, getan. Also da hatte sein Schwager schon ausgesagt, schon geschildert, was ihm passiert ist. Und danach hat er dann gesagt, ja, es tut mir unendlich leid und er hätte nicht den Mut gehabt, sich direkt bei seinem Schwager zu entschuldigen. Das wäre zu schlimm, was er getan hat. Aber er hat sich nicht zu seinen Motiven geäußert. Also er hat nicht gesagt, ich wollte ihn umbringen, ich wollte ihn nicht umbringen, ich wollte Geld, ich wollte kein Geld. Dazu hat er nichts gesagt. Und er hat auch bis kurz vorher nicht zugegeben, dass er diese Halle angezündet hat. Da hat er dann gesagt, er hätte Gedächtnislücken. Und er wüsste, dass alles nicht mehr, was da passiert ist. Und auch zu diesen Beschattungen, die hat er auch nicht zugegeben. Da hat er auch gesagt, er wüsste nichts mehr davon. Das heißt, was er tun wollte, wir können alle nicht in seinen Kopf gucken, ist schwierig, aber das ist das, was der Oberstaatsanwalt Jürgen Buntschuh und im Endeffekt auch die Kammer als wahrscheinlich angesehen hat. Und so kam sie zum Urteil. Diese Gedächtnislücken, die er ja immer wieder vorgebracht hat, die wurden ja auch von der Gutachterin als eigentlich unwahrscheinlich erachtet, oder? Genau, die Gutachterin hat gesagt, Gedächtnislücken kurz nach so einem Vorfall. Also wenn der aus dieser Halle kommt, unter Schock steht und da nicht mehr weiß, was mit der Halle passiert ist oder wie das da abgelaufen ist. Da hat sie gesagt, das kann passieren. Er war nicht, dass jemand eine Tat zugibt beziehungsweise, dass jemand über Monate lang einen anderen Menschen beschreitet. Und das war ja völlig unstrittig, dass das passiert war und dass er sich daran nicht erinnern kann. Also das hat sie gesagt, dafür gibt es keine Erklärung. Zumal sie sich ja mit Kurt W. unterhalten hat und gemerkt hat, dass der ein hervorragendes Gedächtnis hatte. Also der konnte ja aus dem Stiegreif-Familien-Geschichte alles Mögliche erzählen und hat, habe ich nicht geschrieben, aber fand ich irgendwie sehr bemerkenswert, als es um die Brandstiftung ging, hat er zu der Gutachterin gesagt, na ja, also der Brandstifter, das hätte er gar nicht sein können, weil er wäre lange Jahre in der Feuerwehr gewesen. Er wüsste genau, wie man einen Brand anfacht, ein Osterfeuer anfacht, ohne sich dabei selbst zu verbrennen. Und das war für ihn so das Ausschlusskriterium, dass er diesen Brand gelegt hat. Also es war irre, das so zu hören. Ja, lass uns nochmal auf das zu sprechen kommen, was schon Jahre vorher passiert ist. Ich hatte es am Anfang ja auch angedeutet, das ist ja nicht das erste Mal auch gewesen, dass Kurt W. auf seinen Schwager zugekommen war. Das hat sich aber erst im Prozess oder bei den Ermittlungen so richtig rausgestellt. Genau, das hat sich erst da so richtig rausgestellt, ließ sich aber nicht beweisen. Also deswegen war das auch nicht Teil der Anklage, aber spielte natürlich trotzdem eine Rolle im Prozess. Ich musste es so sauber trennen, damit man wirklich sieht, das sind jetzt Sachen, die sehr wahrscheinlich sind, die nicht abgeurteilt sind, damit es da keine Verwirrungen gibt. Ich habe schon gesagt, seit 2017 gab es keinen Kontakt mehr zwischen den Geschwistern und auch nicht zwischen Herbert L. und Kurt W. und man lebte so sein Leben. Herbert L. hat geschildert, dass er im Dezember 2018 in seinem Wohnzimmer saß, ferngesehen hat und plötzlich hätte ein maskierter Mann bei ihm im Wohnzimmer gestanden. Ein maskierter Mann mit einer Pistole bewaffnet, der ihn zu Boden gerungen hätte, ihm den Wohnzimmertisch umgedreht, auf den Bauch gelegt hätte, sodass er auch nicht wieder aufstehen konnte. Also er hatte keine Chance, hochzukommen. Ihn, wenn er sich gewährt hätte, getreten hätte, also ihm Gewalt angetan hätte, ihm dann seine Lesebrille gereicht hätte und ein Schreiben in die Hand gedrückt. Und bei diesem Schreiben haben jetzt alle so ein bisschen aufhören müssen, denn in diesem Schreiben hat eine Motorradgang, die Hells Angels, Geld gefordert, dass Herbert L. auf das Grab seiner toten Mutter legen sollte, am nächsten Tag, sonst würde ihm noch mehr passieren. Und dieses Schreiben musste Herbert L. laut vorlesen. Das heißt, der Mensch kommt rein, drückt ihm das in die Hand, gibt ihm seine Lesebrille, also weiß offenbar, dass Herbert L. eine Brille braucht, um zu lesen, sagt Lies vor und verlässt danach wieder das Haus. Beim Sachbearbeiter der Kripo, als der davon gehört hat, gingen natürlich die Alarmglocken, denn Herbert L. konnte nicht wissen, dass im Auto von Kurt W. Erpresserschreiben gefunden wurden von einer Motorradgang, in dem Fall jetzt nicht die Hells Angels, wie 2018, sondern, wie gesagt, diese russischen Nachtwölfe. Aber es gibt halt diese Parallelen, die ganz, ganz eindeutig sind. Herbert L. hat damals auch schon vermutet, dass es sein Schwager war, der ihn da überfallen hat, denn es gab keine Einbruchsspuren. Dieser Mann stand plötzlich in seinem Wohnzimmer und der muss einen Schlüssel gehabt haben. Und seine Schwester hatte bis 2017, bis dieser Streit war, ein Schlüssel, und dem kann Kurt W. sicher ohne weiteres nachgemacht haben. Also von daher war das für Herbert L. damals schon relativ klar, dass es sein Schwager war, der ihn da angegriffen und überfallen hat. Beweise gab es allerdings nicht. Herbert L. hat daraufhin alle Schlösse auswechseln lassen. Das war aber nicht das einzige Seltsame, was ihm passiert ist. 2022 hat es bei ihm geklingelt. Und Herbert L. kann aus seiner Küche auf die Haustür gucken. Und stand am Küchenfenster und guckt raus und sieht wieder einen mit Wollmütze vermundenen Menschen, der ein Riesenpaket in der Hand hält. Und sagt, er hätte ein Paket für ihn. Ich habe dir schon gesagt, Herbert L. hat eigentlich einen anderen Namen. Es ist ein Name, den man auf Anhieb nicht unbedingt richtig ausspricht, ein Nachname. Und dieser Paketbote hat aber sofort den Namen richtig ausgesprochen, hat gesagt, ich habe ein Paket für. Und Herbert L. hatte nichts bestellt. Schon kein Riesenpaket. Und hat dann nur gesagt, er soll es hinstellen. Er guckt sich das dann an. Und dann fing er an, nein, er kann das nicht hinstellen, er braucht jetzt eine Unterschrift. Und dann hat Herbert L. gesagt, ich habe nichts bestellt. Er soll wieder gehen. Und als sich dann dieser Paketbote nach längerem Zögern umgedreht hat, hat er gesehen, und er hat Wollhandschuhe getragen, dieser Paketbote, hat er gesehen, dass so ein Stiel wie von einer Axt oder irgendwie von einem Holzstiel aus seinem Handschuh ragt. Und der Paketbote, und der Paketbote, der vermeintliche, hat dann diesen Holzgriff, also wie ein Schlaginstrument, sage ich jetzt mal, rausgezogen und hat nochmal in Richtung des Fensters gedroht, wo Herbert L. stand, und hat sich dann aber getrollt. Und Herbert L. hat gesagt, er wollte wissen, wer das ist oder was das ist. Und ist dann diesem Menschen hinterher und hat gesehen, dass der zu einem Fahrzeug läuft, das er als das seines Schwagers erkannt hat. Und er hatte vorher schon den Verdacht, dass sein Schwager das ist, und hat daraufhin die Polizei gerufen. Zuständig ist aber im Maintauberkreis nicht die bayerische Polizei, sondern eine baden-württembergische Polizei. Die sind wohl im Laufe des Nachmittags dann zu Kurt Wege gefahren und haben gefragt, ob er in Klein-Holbach gewesen sei. Und der hat dann nur gesagt, er war an dem Tag nicht außer Haus. Und damit gab es dann auch wieder keine Beweise. Aber für Herbert L. war das der Anlass, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, Überwachungskameras zu installieren. Und eben diese Überwachungskameras haben ja dann die Tat, die jetzt im Endeffekt verurteilt wurde, aufgezeichnet. Was mir die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf rumgeht, es gibt ja noch die Frau, die Schwester. Du hast am Anfang gesagt, dass sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht ja Gebrauch gemacht hat. Sie muss ja nicht aussagen. Aber trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, was hat sie für eine Rolle gespielt? Der Sachbearbeiter der Kripo hat gesagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sie in dieses Geschehen aktiv involiert war. So hat er es ausgedruckt. Ich habe mich mit dem Verteidiger unterhalten, der gesagt hat, er geht davon aus, dass die nichts wusste. Es ist halt ganz schwer zu sagen, wenn jemand jeden Tag aus dem Haus geht, offenbar um zu beschatten. Das ist halt die Frage, was hat er seiner Frau gesagt? Hat die gedacht, er hat einen Beruf, der ihn aus dem Haus bringt? Was dachte sie? Aber auch da ist der Punkt, man kann nicht in den Kopf der Menschen reinschauen. Sie hat sich nicht geäußert. Sie hat auch, als sie diesen Tag ins Gericht kam, sie musste ja selbst erscheinen, um zu sagen, ich sage nicht aus. Also die Zeugen werden geladen, werden belehrt, werden auch belehrt, wenn sie ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, was eine Ehefrau hat. Und dann müssen sie aber erst mal sich verhalten. Und sie hat dann gesagt, sie macht von ihrem Außerverweigerungsrecht Gebrauch. Dann darf sie sich auch in den Zuschauerraum setzen. Und da saß sie auch und hat ihren Mann auch beobachtet, ihm zur Seite gestanden, aber sie hat ihren Bruder nicht angeschaut. Also da war keine Kommunikation. Es ist ganz schwer zu sagen, welchen Stand sie hatte. Sie hat sich nicht in die Karten schauen lassen und laut Herbert L. hat sie sich auch nie erkundigt, wie es ihm denn geht, weil dass sie erfahren hat, dass ihr Bruder so schwer verletzt wurde. Es steht ja außer Frage. Also sie wusste ja, warum ihr Mann in Untersuchungshaft sitzt. Dann lass uns auf das Urteil zu sprechen kommen. 11,5 Jahre wegen Versuchten Mordes und Brandstiftung. Wie hat sich das zusammengesetzt und wie hat Kurt Weh darauf reagiert? Was ich in dem Prozess gelernt habe, fangen wir es so an. Auf Mord gibt es lebenslänglich. Das sind mindestens 15 Jahre, die ein Menschen in Haft geht. Und dann kommt es darauf an, wie er sich in der Haft verhält. Beziehungsweise nach 15 Jahren kann er erstmals beantragen, dass er entlassen wird aus der Haft. Und dann kommt es auf die Führung an und wie schwerwiegend das Verbrechen war. Und für Mordversuch gibt es im Gesetzestext tatsächlich kein festes Strafmaß. Also theoretisch kann ein Gericht auch diese lebenslängliche Strafe verhängen. Das kann aber auch mildern. Da werden dann so das Verhalten beurteilt und die Folgen, wie das halt insgesamt bei Urteilen ist, wenn es so eine sogenannte Strafrahmenverschiebung gibt. In diesem Fall war es jetzt so, dass der Angeklagte zwar ja zugegeben hatte, dass er angegriffen hat und nach langen, langen Zögern auch zugegeben hat, dass er für den Hallenbrand verantwortlich ist. Beziehungsweise sein Verteidiger Jürgen von Gries hat dann irgendwann gesagt, na ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Also so als Geständnis. Aber er hat halt ansonsten nichts dazu beigetragen, das irgendwie aufzuklären. Es gab sehr, sehr umfangreiche Ermittlungen. Also die Polizei hat da wirklich akribisch Sachen zusammengetragen. Es gab diese Bildaufnahmen, die ja gar keine Zweifel zuließen. Aber er selbst hat sich ja nicht geäußert, zu Motiv, zu irgendwelchen Sachen. Das Einzige, was er gesagt hat, war halt seinen Werdegang zu schildern. Was er eigentlich, ich sag's mal in Anführungszeichen, für ein toller Hecht war, beruflich gesehen. Deswegen hat der Oberstaatsanwalt 13 Jahre gefordert. Also nicht die lebensländische Strafe, aber zumindest 13 Jahre, was ja wirklich eine ordentliche Strafe ist. Und der Nebenklagevertreter, der Herbert L. vertreten hat, hat sich dem auch angeschlossen, hat auch noch mal gesagt, wie perfide das eigentlich war. Es kam so ein bisschen im Gutachten, so kam raus, diese finanziellen Nöte, aber er wollte auf gar keinen Fall die Altersvorsorge seiner Frau antasten. Also er wollte quasi seine Frau völlig heraushalten bei diesen finanziellen Sachen. Und der Nebenklagevertreter hat dann nur gesagt, wie perfide es ist denn, dass man sagt, ich will meine Frau nicht belasten, aber meinen Schwager, da opfer ich im Zweifelfall das Leben des Schwagers, um meine finanziellen Probleme zu lösen. Also der hat auch gesagt, 13 Jahre, hält dafür durchaus angemessen. Und die Kammer hat dann geguckt, was lässt sich zugunsten rechnen. Und da kommen dann so Sachen wie das Alter. Also er ist 60 Jahre alt gewesen beim Urteil. Also da spricht man von einer großen Haftempfindlichkeit. Und ich habe die Erkrankung schon erwähnt, also diese Lungenkrankheit. Und solche Sachen werden dann halt auf die Haben-Seite gestellt. Der Vorsitzende Richter Carsten Krebs hat ausdrücklich gesagt, viele Pluspunkte hat er im Prozess nicht gesammelt. Er wurde auch während des Prozesses immer wieder von der Kammer darauf hingewiesen, dass er doch jetzt mal was zugeben sollte, dass er sich doch mal äußern sollte. Hat er im Endeffekt nicht gemacht. Mit diesen 11,5 Jahren kann er, denke ich, dann doch zufrieden sein. Es war ja riesen Aufsehen, was er verursacht hat. Es war große Angst in der Bevölkerung, auch allein durch diesen Brand, durch diese Brandstiftung. Es ist ja nicht nur der Angriff gewesen, es war auch diese Brandstiftung, bei der sich immerhin 89 Feuerwehrleute auch in Gefahr gebracht haben, sage ich mal. Denn so einen Brand zu löschen, ist nicht ungefährlich und schon gar nicht bei so einer großen Hitze. Also von daher sind diese 11,5 Jahre wahrscheinlich angemessen, sage ich mal. Wobei ich es immer schwer finde, mir da was, ein Urteil anzumachen. Das ist nicht Pein-Shop, sondern die Berichterstattung drüber. Aber er hat das dann auch relativ stoisch hingenommen. Er war sowieso insgesamt sehr stoisch in dem Prozess, habe ich schon gesagt, dieses Mitschreiben. Aber ansonsten hat man aus seinem Minenspiel nicht viel ablesen können. Er hat das Sturchen genommen. Er hatte wohl aber auch damit gerechnet. Also sein Verteidiger hat schon gesagt, er weiß, dass er mit einer empfindlichen Haftstraff zu rechnen hat. Und das sind jetzt diese 11,5 Jahre. Ja, dann lass uns zum Schluss noch mal auf den Nachbarn zu sprechen kommen. Auf Rudolf Ratz heißt er, glaube ich, als Spitznamenzeller, der viel, viel Schlimmeres verhindert hat, der vielleicht, man weiß es nicht genau, auch das Leben gerettet hat von Kurt W., wenn man an diese Stiche im Halsbereich denkt. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, der wurde durch die Bank weg von allen ja sehr gelobt auch im Gericht. Selbst der Verteidiger Jürgen Fonkries hat nachher gesagt, wenn mir oder einer anderen Person im Sitzungssaal etwas passieren sollte, dann wünsche ich mir einen Nachbarn wie sie. Genau, und da schließe ich für mich so ein bisschen der Kreis. Ich habe dir am Anfang erzählt, als das Ganze passiert ist, das war ich bei Aktenzeichen XY. Und jetzt könnte Rudolf Ratz Zeller auch ein Teil von Aktenzeichen XY werden. Und zwar gibt es diesen Preis, der eben für couragiertes Eingreifen verliehen wird. Und dafür hat die Kripo Aschaffenburg ihn vorgeschlagen. Und mein neuesten Informationszufolge kommt ja zumindest in die Auswahl. Es werden ja zu diesem Aktenzeichen XY-Preis immer so kurze Filme gedreht, wo die Tat nochmal nachgestellt wird. Und dann wird der Betreffende interviewt und vorgestellt. Das kann ich dir alles noch nicht genau sagen. Aber zumindest ist Aktenzeichen XY für mich damals präsent gewesen und wird es jetzt hoffentlich auch nochmal. Ja, das ist ja auch eine schöne Anerkennung dann so oder so, selbst wenn er den Preis nicht bekommen sollte, dass die Beamten vor Ort ihn dafür vorgeschlagen haben und damit auch nochmal würdigen, wie couragiert er da eingegriffen hat. Sollte sich da mehr dazu ergeben, dann werden wir das einfach auch in den Shownotes verlinken für die Zuhörenden, die vielleicht auch die Folge etwas später hören, dass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Ja, und dir, Katrin, vielen lieben Dank, dass du diesen so beeindruckenden und auch sehr komplexen Fall heute mit uns geteilt hast. Bin immer wieder geil hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die neueste Folge von Tatort Mein Viereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Wenn ihr unseren Podcast mal live erleben wollt, dann habt ihr dieses Jahr wieder die Gelegenheit dazu. Und zwar treten wir am 21. November 2024, das ist ein Donnerstag, live hier bei uns im Medienhaus MeinEcho auf. Mehr Informationen und einen Link zu den Tickets findet ihr in der Folgenbeschreibung. Eine neue Folge Tatort Mein Viereck erscheint in der Regel jeden ersten Montag im Monat. Wenn ihr keine verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Falls ihr Fragen, Feedback oder Themenanregungen habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Und zwar an podcast.mein-echo.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Mein Name ist Mara Pitz. Ich danke fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke fürs Zuhören.